Ja, das kann ich auch erst mal nehmen. Das auch. So, sind wir wieder... ...beweglich. Ich möchte mir aber trotzdem noch hier umgucken. Bei Schnellreise habe ich irgendwie keine Lust drauf. Und man sieht so wenig. Aber hier war nix genau. Ging mal nur im Kreis. Gut, gehen wir dann da runter. Ready, follow me. Oder sind hier noch mehr... ...Tote, die wir ausnehmen können. Deswegen will ich nicht schnell reisen. Da, seht ihr, da ist nämlich noch einer. Akkupistole. Nein, Bruderschaft. Gut, dann können wir unsere Akkupistole, glaube ich, nochmal reparieren. Die ist gegen Gulle nicht schlecht. Vor allem hat man immer Munition dafür. Das ist also wirklich eine unendliche Waffe. Das sich immer auflädt. Aber sonst ist es für nix. Dann würde ich sagen... Ähm... Aufgabe. Er scheint einige Enklave-Daten gespeichert zu haben, die durch Schlüsselwörter ausgelöst werden. Äh... Aber wir gehen jetzt erst mal nach... ...Ein der Stadt sind Charlie? Novak. Äh, nein. Ich wollte Novak nur... ...Nah... ...Nah... ...Ja. Ich will nach Novak. Wir laufen nach Novak. Aber was ist das denn da? Da würde ich ja gerne mal hoch. Kommen wir da hoch? Das habe ich ja vorher schon mal versucht. Das ging ja nicht. Da hoch. Gibt es keine Möglichkeiten weg? Eddie, was meinst du? Nein. Ich dachte, man könnte vielleicht da hoch. Das sieht interessant aus. Ja, aber die Fels im Raum bin ich, wenn wir hier einen Weg finden. Was ist ja das, wo wir waren, oder nicht? Ich weiß es nicht. Oh, wir kommen noch nicht da hoch. Vielleicht brechen wir uns den Knochen. Nein. Ich komme da nicht hoch. Ärgerlich. Hier entlang. Und nein. Okay, es geht nicht da hoch. Was soll's? Es wird irgendwo geschossen. Hier haben wir alle ausgenommen. Leer. Ja. Der hat ein Wert von A1. Brauchen wir nicht. So. Können wir ja mit dem Manni mal reden. Da waren ja auch noch andere Leute. Können wir uns ein bisschen im Novak unschauen? Ja, ich weiß. Ich bin am Verdursten. Wahrscheinlich. Deswegen. Ähm. Das müssen wir regeln. Nein, nicht so. Joggen wir mal eine Runde. Die Animation ist schon ziemlich schräg. Finde ich. Vom Laufen. So, Red. Danke. Der Scharfschütze. Wie hieß der? Bone? Der mag uns nicht. Schade eigentlich. Aber ich würde jetzt gerne mal mit dem Manni reden. Ihm sagen, du, ich hab das gemacht. Wer wohnt hier? Nein, ich wollte wieder so. Keiner. Also, Kurzschlüssel nehmen wir. Geh raus. Klar. Ähm. Mani Vegas. Ich soll mit Mani Vegas reden. Jenny May? Nein. Wer steht da rum? Ach, das ist die. Genau, die ist das. Haus in Lubeck. Auch nicht. Könnte der sein. Oder ist der noch da oben? Ob es ist ja Nacht. Mal sehen. Vielleicht spricht der jetzt noch Bone mit uns. Da wir ja hier. Ne? So. Wollte ich mal. Oder ist der hier unten? Mani, war das? Hatten Sie Glück bei den Ghoulen? Ich zähle auf sie. Äh, die Ghoulen sind nicht mehr in Repcon. Echt? Ich fasse es nicht, Mann. Ich wusste ja, das wird nicht leicht. Aber ich hatte gleich ein gutes Gefühl bei ihnen. Sie sehen aus, als hätten Sie eine Menge erlebt. Sprechen wir über etwas anderes. Na klar doch. Äh, wo vor Schützen? Wer sind Sie? Wie war Ihre Rundreise mit der NK? Auf Wiedersehen. Jep. Bis bald. Die Gemeinschaft verehrt Sie wegen ihrer ausgiebigen Unterstützung und ihres guten Willens. Willkommen in Novak. Es ist nicht sehr aufregend, aber dafür sind die Menschen hier freundlich. Ja, freundlich. Meine Fähigkeiten als Techniker sind hier ebenfalls begehrt. Ich habe eine Menge zu tun. Danke, dass Sie mir von diesem Ort erzählt haben. Ich dachte... Was geht, Alter? Wenn, dann Alte, aber nicht Alter. Jep. Bis bald. Oh, vielleicht können wir nicht mit ihm reden. Ja, man hat mir gesagt, man sollte mit ihm reden. Gut, dann halt nicht. Dann, äh, sprechen wir mal mit diesem Bone. Vielleicht mag er uns ja jetzt. Dass er jetzt mit uns redet. Der war ja nicht gut auf uns zu sprechen. Nein, nicht ihr, die. Wenn Sie ein Feind der NK sind, dann sind Sie auch mein Feind. Hauen Sie ab. Nein. Wenn Sie ein Feind der NK sind, dann sind Sie auch mein Feind. Hauen Sie ab. Wenn Sie ein Feind der NK sind, dann sind Sie auch mein Feind. Hauen Sie ab. Ich bin noch dabei, alles wieder gut zu machen. Okay. Dann halt nicht. Ähm, dann machen wir folgendes. Was machen wir denn? Nein. Nein. Keiner will mit uns hier. Ist das unser? Haben wir überhaupt ein Zimmer hier? Nein, das ist nicht unser. Daisy Whiteman, für was sollte ich mit ihr reden wollen? Okay. Ähm, was machen wir? Wir gehen dann nach Gutsbring zurück. Und... Der wohnt hier. Und laden uns ab. Erfordert ein Schlüssel. Okay. Ja. Was war denn unsere nächste Aufgabe? Da sind sie lang. Die Großkanne in Boulder City abfangen. Ausgeworfen. Die Gefangenen retten. Kassel trennt. Fertig eröffnet. Nein, das ist... Ja, aber wo soll ich mit ihm dann da hin? Es wird nicht gezeigt. Es ist einfach zufällig. Nein, ich wollte eigentlich... Entfernen. Äh... Geh mir nach Gutsbrings. Gutsbringsquelle. Gutsbringsquelle. Also. Ja. Dann machen wir eine Schnellreise hin. Laden ein bisschen Zeug ab. Und dann... Können wir auch eigentlich was verkaufen. Zum Dock können wir auch... Ähm... Wo war denn... Genau, der war da. Ach stimmt, der ist auch nicht mehr da. Der Roboter. Hab ich den Novak gesehen. Pauli Partner. Genau. Ja. Dann ist es jetzt unsere Hütte und fertig. Da haben wir so viel Krimskranzel. Und habt ihr eine neue Post bekommen? Hier, Post. Also, die Briefkasten werden immer wieder gefüllt. Okay. Dann gehen wir mal rein. Trotzheim, Glück allein. So. Dann... Erstmal trinken. Weiter, weiter. Weiter. Komm noch ein bisschen. Los. Das ist jetzt unsere... Hunger haben wir ein bisschen. Aber es interessiert jetzt nicht. So öffnen wir mal. Ja. Was haben wir denn hier? Neun Millimeter Maschinenpistole haben wir hier. Abgesinnte Schrotflinte. Dynamit. Flammenpatronenwaffe. Schaden neun. Ach ja, da hat er für die Dingens... RCW-Waffe. Die kann ich nämlich dann gleich mal reparieren. Was haben wir noch? Patrungutrüstung. So. Hören wir gleich mal an. Wir müssen unbedingt mal auch was braten. Scotch, Drosseligkeits-Wisky. Also jetzt mal hier die Sachen, die wir erstmal nicht brauchen. Ähm. Gegengifft brauchen wir. Hundefleisch. Echt. Das kann man, glaub ich, auch gar nicht bearbeiten. Patrung, Koch, Psycho, Red, Kakerlackenfleisch. Red, zwei, drei. Jetzt ist der Mann. Shopping für Stealthboy. Stealthboy. Okay, nimm mal mit. Stromerstrahl. Und Schrott. Ich würde ja gerne einiges verkaufen. Ach, vor allem nämlich... Ich wollte mal gucken, genau. Wir haben ja ein paar Patronenhülsen, wo wir uns Munition machen können. Was haben wir sonst noch hier? Pulverpistole. Für was ist die gut? Es kann Gewicht und keinen Wert. Rinnenskampion, Schatzkrecken, Silber, Spitze, Kristanne, Strom. Okay. Äh. Kleidung. Okay. Aber ist das ein Problem für die, wenn wir... Bleib doch mal ruhig stehen. Wenn wir da mit rumlaufen? Ich glaube, ja, ne? Ich bin überladen. Ich muss was abladen. Öffnen. Ja, okay. Jetzt sehen wir das wieder aus. Ähm. Uff. So. Okay. Was brauchen wir sonst? Ja, Blei nehm ich mal mit. Aber das hier kann man hierbleiben. Das Cherry Bomb. Dino Spielzeug. Kaffeetasse. Tassen. So. Komm auch mal her. Du kannst mir eigentlich alles mal geben. Nein, nicht alles. Das, was wir verkaufen wollen. Kannst du mir geben. Das lässt du bitte bei dir. Das wollen wir noch reparieren. Schaden pro Sekunde. Und ja, das lass auch mal bei dir. Das Messer kann weg. Das kannst du mir geben. Das, das. So. Die Hülsen. Halt mal fest. Das kann weg. Das. Okay, Pistole. Hat auch einen Wert. Und das auch. Das behalten wir mal. Scheiße. Genau. Warum nehm ich das denn? Ich will auch alles verkaufen. Aber erst mal wollte ich mich mit den Waffen auseinandersetzen. Munition und so. Ähm. Genau. Das weg. Das ist mal weg. Das weg. Pulverpistole. Das weg. So, dann muss ich mich wieder anziehen. Aber was ist denn eine Pulverpistole? Okay. Also ich kann mit den Sachen nix machen. Plasma Defender kann ich noch mal reparieren. Kann ich noch mal reparieren. Wo ist denn dieses Pulverpistolen-Ding jetzt hin? Oder sonst hin? Und das weg. Es. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Nein. Ja, Eddie, ich muss den noch mal. Ach, du musst da vorne hin was geben. Den kannst du nehmen. So, jetzt bin ich nicht mehr überlaufen. So, gehen wir mal zu den Bergbänden. Ich will mir das so mal angucken mit dem... mit der Munition. Und wenn man Mods hat, wie kann man die denn dann benutzen? Das ist auch noch mal interessant. Das müsste ich auch gerne. Ja. Ist auch wieder eine sehr lange Folge, aber das machen wir jetzt noch. So. Das ist eine Nachladebank. Eine Ergbank. Okay. Durfte ich nehmen. Was kann man denn hier machen? Energiezellen mit der Fertigkeit, Wissenschaft, 30 Zutaten. Zeitlin, Kleine, Umwandlung, E, A, N, K, Elektro, Peripherie, K, E, Z, Z, M, F, Z. Och, das ist ja wieder... Mikrofusionszellen. Und das sind Energiezellen. Und das sind Energiezellen. Was habe ich denn für Waffen? Was braucht mein Laser? RCW braucht E-Akku. Und Plasma Defender braucht E-Zellen. Okay. Und Lasergewehr braucht Mikrofusionszellen. Schaden. Das ist gut. Ahh. Da geht's ja. Elektroakku in K, E, Z. Zollmikroversionszellen hinzufügt. Okay. Was kann ich hier jetzt machen? Nutzer legen. Was habe ich davon? Großzündhütchen, Gewehr, Hülse, 308er. Und Blei, Hülse, Hülsen, Puller, Gewehr. Fünf von... Hier brauchen wir ein kleines Zündhütchen. Großzündhütchen, Hülse, 50... Habe ich nicht. Hülse, 50mg, 10mm, Großzündhütchen, Pistole. Hast du sowas? Sonstige, gib mir mal alles her. Ah, warte mal. Kann man was mit denen machen? Und du mal deinen Flammen-Einstoff. Einen Flammenwerfer nehm ich ja eh nicht, oder? Gepär. So. Ähm... Zellung 44er Magnum. Gut. Das zerlegen wir auch. Gut. Äh, ja. Weiter. Kaliber 12. Lassen wir mal noch. 20 brauche ich. So. Busk. Zellung automatisch. Ne, ich wollte nix zerlegen. Och, ja. Ach, 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 ja. Wo sind 10 Millimeter jetzt? 12,7, 9 Millimeter. Kleinstzünd. Hütchenpistole. Ich hab kein Altmetall. Okay, wir können nix machen. Können wir hier noch was machen? Mein Ladungsflammenbrennstoff. Leere Brennstofftank. Okay, wir können nix machen. Arzttasche. Ja. Bringt alles nix. Dann nimm doch mal bitte wieder hier ein paar Sachen. Bis zu Hause. Den kannst du eigentlich immer tragen bei dir. Wenn ich ihn brauche, hole ich ihn mir. Und... Blei. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentarttipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.